hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge hempire und ich beginne wie immer hier an diesen rädchen zu drehen 80 diamanten bitte bitte das sind jetzt bestimmt so 10 20 20.000 das gut das gut ich habe jetzt immer noch die laute tastatur angeschlossen aber hierbei hempire ist es glaube ich alles halb so wild weil ich die taste fast nie brauche so was haben wir hier werden erstmal brownies und kekse hier habe ich den ersten wohnwagen auf das ist der er der erste auf level 2 dann gibt das hier noch geld so und hier jetzt habe ich ja eigentlich eine gute summe geld zusammen war drehen wir erstmal schnell hier ich habe skunk versucht zu verbessern okay ja geil so was war denn jetzt hier unsere mission zwei deals mit jimmy ein deal mit cousine kim also jimmy haben wir mit jimmy brauche ich zwei ne ja ok was braucht was braucht jimmy dann dann noch aber was kann ich ihm dann noch geben ich habe hier das gang die einfachen wären quasi entweder ein bis zwei mal northern lights oder zwei bis drei mal skunk das sieht aus wie skunk ok das hätten wir das hätten wir auch so und jetzt gucke ich erstmal ob das schon reicht ja für den hier oben rechts geht 30 sekunden wunder gut dann haben wir noch cousine kim danke die tapete kann ich immer gut gebrauchen was habe ich mit ihm hier gemacht irgendwas so was ist mit ihm ja zeig mal her ach genau ich habe doch hier auch was ausgesät schnüppel schnüppel was können wir jetzt hier schönes anstellen hier eine sorte fehlt noch das ist ja das hier gut haben wir dann kann ich jetzt hier zum beispiel mir dieses erste köfferchen hier holen so ah und jimmy ist schon wieder durch so jetzt bin ich mit der story mission hier an der stelle fertig wenigstens werden wir nicht arm sein wenn es spitz auf knopf kommt spitz auf knopf ich hasse es so auf die ergebnisse zu warten wir können genauso gut noch etwas arbeiten verdiene 1000 dollar bei rauch auf rädern gieße hindukusch fünfmal gieße sourdiesel fünfmal mehr kannst du nicht tun kümmere dich ums geschäft ok hindukusch und sourdiesel pflanze ich eben an das kriege ich wohl hin hier hindukusch boop und sourdiesel boop wie weit war ich denn hier mit meinen sorten oder da bin ich da bin ich falsch da bin ich falsch ich wollte darauf klicken ach genau es ist alles mindestens gold ja gut ok das gut das richtig gut so und dann habe ich jetzt hier noch ach genau bam bam hier brauche ich jetzt noch einmal butter ach diese brownies ah scheiße scheiße das hier vielleicht zufällig eine afghani ne aber ich habe hier noch platz für eine afghani ok wie sind die lichter so gelbes licht schwarz schwarz gelb 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 also ich gucke mir die schirme an ok alles klar gut genau also butter ist mehr oder weniger an arbeit das ist mehr oder weniger an arbeit mehl müsste ich ja schon ah mehl müsste ich ja schon in auftrag geben können auch oder auch nicht dann muss ich dieses gang hier noch abschneiden schnippel schnippel und jetzt kann ich mehl machen komm oma mach mal mehl mach mal gleich zweimal mehl dann wird das lager wieder frei so ein bisschen gut mehl ist also auch in arbeit so hier brauche ich jetzt noch einmal kekse und noch einen ganzen haufen skunk ich habe ein mehl ich brauche aber acht also jetzt noch sieben ich produziere vier ok ich brauche also auch noch eine skunk na gut dann machen wir das so so wie weit bin ich jetzt hier ich muss nur noch einmal gießen und 1000 dollar bei rauch auf rädern habe ich auch schon verdient ok das war ja zwar mehr in versehen also nicht ganz ich hatte da ja noch was ich könnte ja hier oben die zwei wegschicken aber ich habe tatsächlich darauf nicht spekuliert spekulatius so und zweimal muss ich auch noch kekse backen für kekse braucht man butter und skunk für einmal habe ich ja ja ah nein so ok kann ich eben sonst noch was verchecken nö ich habe echt gerade in dem haus so richtig beschissen alles verkauft also die sorte mit der zange ja was ist das das ist the wolfhound oh es gibt zwei ok naja gut dann nehmen wir hier den zweiten auch noch hinterher zack und hier packen wir diese zange hier rein zack na damit das schön weiter bleibt also schön weiter läuft alles gut dann züchten wir hier mal skunk weiter was ist wenn ich skunk mit skunk kreuze nicht wirklich viel hm 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 ich weiß ja nicht was ist wenn ich das mit den sorten kreuze ja da kommt auf jeden fall was dazu ok dann mach das mal huch ah just do it das 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 Bis zum nächsten Mal.